Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich will keine Schokolade, ich will lieber Gunther! Ich denke, du machst ja gar nichts aus Schokolade. Doch, aber die hier nicht, die macht dick. Überhaupt nicht, ich trink davon jeden Tag drei Kannen. Sag mal, warum hast du denn dein Sofa nicht mitgebracht? Wieso gibt's in der Hauptstadt keine Sofas? In der Hauptstadt gibt's alles, denken die Südstaatler. Aber keine Sofas. Mensch, ich wollte wie in deiner Show so ein Interview mit dir haben. Ist doch auch ein schöner Platz hier. Guck mal, hier kommt die Erleuchtung mal von unten. Haben Sie verstanden? Schön.